Ja, und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, lange ist ja das, wie ich die letzte Folge gemacht habe. Jetzt geht es weiter mit... Das Dorf muss weichen. Also ich will ja von dem Haus in ein anderes umziehen. So, wo war das nochmal? Ja, da drüben war es. Und natürlich müssen auch die Felder weichen. Warte, was haben wir denn da? Mist. Doch. Ich habe immer noch folgende Mods aktiv, wenn das mal will. Hä? Tja, scheint jetzt mal hätte ich vergessen, den Timber Mod zu installieren. Aber egal. Geht auch so. Singleplayer-Commands habe ich. Früher konnte man noch die Scheiben so rausschlagen, sodass man die auch behalten konnte. Jetzt gehen die ja kaputt. So, jetzt kommen wir weg. All das, du musst weg. Ich kann zum Glück reden, dass ich von dieser Welt nur eine Kopie habe. So, hier müssen wir noch die Erde dann gleich richtig einsetzen. Wie ihr seht, habe ich nicht Reißminimap, sondern Sandsminimap. So. Gucken wir mal, was sagt die Emissionen da? Nein, nee. Also wir müssen hier so viel weghauen, wie es nun geht. Da ja keine Dorfbewohner mehr da sind, kann man das Dorf ja wie gesagt abreißen. So, und schon nimmt man wieder ein. Ich glaube, hier wird mir noch ein Haus als Lager umfunktionieren. Ruf. 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 Oder ich mache das noch einfacher. Ruf. 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 Inventar, bastle mir mal eben eine Holzachse und schwupps mache ich das. Das darf gleich in den Herb oben. Gleich. Oh, das machen wir eben. Bett brauchen wir nicht mehr. So, was haben wir hier drin denn noch? Das alles brauchen wir noch. Die Holzachse werden wir jetzt brauchen. So. Und das nehmen wir mit. Und natürlich die Werkbank. Ein bisschen Holz noch. Stein. Pflasterstein. Kies. Fangen wir jetzt mal mit dem K. An. Hier. Ja, ich habe Zimmerplayer gemacht. Du, oh, Schicker. Na, wenn wir nicht. Find Position. So, dann wollen wir mal gucken, was passiert, wenn ich... ...genau hier ansetze. Erstmal. So. Set Air. Boah, du hast dein Haus kaputt gemacht. So. So viel einfacher als... ...find ich. So. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, oder? Nee. Kies brauchen wir gleich hier. Ja. Von da... ...erst mal... ...hier. Nehmen wir das so. Hier setzen wir einen Block Erde. ...hier hin. Juhu. So. Bis... ...hier hin. Und... ...sit Air. Ups. Hallo Nachbarn. ...hier hin. Äh. Hallo. Erstmal. Ich weiß ja nicht, ob sie es schon wussten. Aber wir... ...wir verlieren gerade unser Haus. Naja, von der anderen Seite muss ich mal kurz drehen. Ich weiß auch nicht, wie mir das passieren kann. Aber es passiert gerade. So. ...hier hin. Wo ist unser Haus hin? Wir haben ja noch ein... ...n halbes Haus. Nee, nee. Es geht jetzt nicht schnell, ob es geht, wenn man hier Zingeklerk und Hans hat. Es geht rasend schnell. Und... ...hier hin. Wupp. Nein. Unser schönes Haus. Ein bisschen baue ich hier noch ab. So. Und so. Komm schon. Ja. Manchmal nagt noch Minecraft. Und das bauen wir auch so ab. Auf dieser Art ausgelöscht. Hier werden wir das Holz einfach so abbauen. Jo. Jo. Ups. Was ist das? So ein Stein. Da 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 da. Da. Da 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 da. Da da da. Da 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 da. Da. Da da da. Da da da. Da 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 da. das hier verschwinden lassen ztr und weg ist das und wir Dann machen wir die andere hin. Set Dirt. das heißt kommst du kommst du kommst da Ich bin gerade... Oh oh! Toll! Dass die Viecher immer dann kommen, wenn man gerade das draufplätten will! Dann, 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 dann! Dann, 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 dann! Dann, 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 dann! Dann, 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 dann! Dann, 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 dann! So! Dass sie noch nicht brennen ist... Ah! Jetzt brennen sie! It's burning down! Ja! Ich hab jetzt das... Wie ihr seht das? Spuck's Pulbidi Craft! Texturenpack! Am Start! Texturenpack! Hmm. so einmal verkehrtes und das Haus ist weg Für Bücher kann man nur mal gut gebrauchen, oder? Für nen Jumping Table. Jo, kann man nur mal gut gebrauchen. Deswegen werden die auch. Warte, 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 da war noch 3. So, komm. Dann muss ich jetzt auf die andere Seite kurz und gucken. Da muss man bis nach da oben hin. Ja, dann mach doch mal nen Erdhaufen Penis hin. Guck mal, das hatte ich schon. Fürst. So. Set er. Und weg ist das Haus. Weee, wir hatten Hauskapten, genau. So. 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 Wie gesagt, das hier aufbauen. So. 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 das wird nur dann nicht mehr so viele ausser zum entfernen sieht man es auf die schnellart weise so ja So, das war es erstmal für heute. So, und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's play Minecraft, das Dorf muss weichen.